6 Gründe, warum du trotz Partnerschaft dringend mehrere Frauen bumsen sollst. Heute überrasche ich dich einmal mit etwas ganz was Neuem, als es lohnt sich definitiv bis zum Ende dran zu bleiben. Ein Grund ist mit dabei, der ist zugegebenermaßen sehr paradox, aber er zeigt auch, warum so viele Männer Schwierigkeiten haben, offen und ehrlich eine andere zu bumsen. Grund Nummer 1, du bist im natürlichen Fluss der Abwechslung. Wenn du erschöpft bist, leidest du vielleicht gar nicht an einem Burnout, sondern vielmehr an einem Borio-Out. Das heißt, dein Leben langweilt dich in Wirklichkeit einfach komplett und deshalb bist du einfach richtig energielos. Die meisten sind ganz einfach im goldenen Käfig gefangen. Sie lassen sich ersticken und in Wirklichkeit sind doch einfach nur hemmungslos und wild. Eine andere? Du kannst der Adler sein und dich befreien oder aber auch eine kleine Welle zu dich bleiben und weiterleiden. Was übrigens mein größter Beweggrund ist, mich nicht mehr nur auf einen Mann zu beschränken. Das erfährst du im Laufe dieses Videos übrigens auch noch. Grund Nummer 2, jeder Mensch löst andere Gefühle in dir aus, sowohl positiv als auch negativ und das ist auch gut so. Denn genau das gibt dir die Gelegenheit für Punkt Nummer 3. Zum einen lernst du dich dadurch noch besser kennen und zum anderen hast du so viel schneller die Gelegenheit, dich auch emotional frei zu bumsen, sprich einfach dich mal vom emotionalen Ballast zu befreien, der bei dir vielleicht sogar schon für irgendwie körperliche Verspannungen sorgt. Grund Nummer 4, greifst du als Adler mal in die Scheiße, sprich erleidest du in einem fremden Revier, sowas wie einen Sturzflug, lernst du ganz einfach die gewohnten schönen Flüge zu Hause wieder zu sehen und wertzuschätzen. Schätzt du meine Videos? So zeig es mir doch gern, indem du mir ein Like und ein Abo da lässt. Grund Nummer 5, jeder hat andere Fähigkeiten, wovon du profitieren kannst, sprich die eine ist auf der körperlichen Ebene sehr stark und die andere hat aber einen wunderbaren Zugang auf der geistigen, seelischen Ebene zu dir. Der Punkt hat auch sehr viel was mit meinem größten Beweggrund zu tun, warum ich mich nicht mehr nur auf einen Mann beschränken will, denn das was mir am allerwichtigsten ist, ist meine Gesundheit, die ich durch ein freies Miteinander habe und das auch genau das ist, was die Männer mit mir in meinen persönlichen Treffen erleben. Bevor ich jetzt gleich zu dem Grund komme, der sehr paradox ist und zeigt, warum so viele vergebene Männer Schwierigkeiten haben, offen und ehrlich eine andere zu bumsen, packe ich jetzt aus mit meiner Überraschung. Heute ist es, denn ich verrate dir bei meinen nächsten zwei exklusiven Männerabenden, was ich gerade so am Laufen habe, sprich, wie viele Männer habe ich aktuell denn gerade wirklich und was darf der jeweilige Mann mitbringen, damit ich sexuell für ihn offen bin. Welcher spannende Content dich bei dem Online-Event noch so erwartet, klick einfach unten auf den Link, dort kannst du nämlich noch mehr darüber erfahren. Nummer 6. Bist du von Grund auf in einer gesunden Partnerschaft, wird sie dadurch nur noch mehr vertieft und gestärkt. Das Paradoxe an der ganzen Sache ist also, dass der gegebene Freiraum also verbindet. Die meisten auch gar keine Angst haben brauchen, etwas zu verlieren, was ihnen in Wirklichkeit ja eh nicht gut tut. An der Stelle möchte ich dir auch weitere Angst nehmen und dir im nächsten Video verraten, warum du sie dringend hart bumsen sollst. Musik Musik Musik